so freunde willkommen zu einer weiteren ausgabe versuchet der findet die allianz werbung wir starten direkt durch wir haben nämlich viel zu tun wir fangen an mit den new german assassins aus dem archons friends verbund und aktive und loyale member gesucht mit 0901 das ist unser kontakt und dann haben wir schon die werte die vorausgesetzt werden ich muss doch nicht niesen doch wahnsinn ich sitze hier schon vor dem licht also dieser dieses fotische nieseffekt oder sowas den einer sagte kann es auch nicht sein ich sitze die ganze zeit hier und sobald das video startet da muss ich niesen ganz verrückt wirklich sehr sehr folgt so wir haben hier schon unsere angaben was besuchen das heißt man muss theoretisch gar nicht sich hier die leute angucken wie stark sie sind sondern man hat hier schon direkt die erwartung der allianz prinzipiell würde ich natürlich sagen doch guck dir die leute an ja dann weißt du ungefähr was da so auf dich zukommt was da für helden sind hier helden truppen fünf sterne truppen vier sterne truppen team stärke karrierelevel da einfach mal so ein bisschen dann angucken und dann weiß man ungefähr wie der also läuft was man vielleicht haben wollte um mit den anderen mithalten zu können was die defensive zumindest angeht so aber von der allianz vorgegeben team stärke 6000 das ist primär dann halt erstmal defensive hier sehen wir schon 67 hier oben bei paul werden wir an der 72 sehen genau brutal stark 68 ja also hier ist hier sowas das kannst du jetzt so als als richtlinie von der allianz nehmen natürlich je höher desto besser hier haben wir zwei fünf sterne truppen eine auf max die vier sterne truppen auf 25 ein doppelter limit break also eine 6000er teamstärke kriegt man eigentlich schon gut hin würde ich jetzt mal behaupten und ab level 60 so das ist eigentlich mehr so eine zeitliche komponente ja wenn man von normal spielenden spielern ausgeht hat man mit level 60 halt schon eine gute zeit auf dem buckel und hat dementsprechend die chance gehabt theoretisch helden zu beschwören ja aber auch materialien zu farmen helden aufsteigen zu lassen embleme zu bekommen und so weiter und so fort ja es ist halt einfach ja das spiel ist ja auf zeit ausgelegt eigentlich dass du das nicht mal eben innerhalb von drei tagen durchspielst sondern du musst es halt schon ganzes halt lange spielen weil halt mittlerweile halt immer sehr sehr viel kommt meistens nur helden aber man grindet halt materialien um dann wieder stärkere materialien herzustellen und so weiter und so fort man wartet auch aufstiegsmaterialien das ist halt alles eine zeitliche komponente und mit level 60 hat man halt schon ein bisschen was auf dem buckel und deswegen dann dementsprechend auch helden gelevelt truppen gelevelt und kann dann mit den leuten hier mithalten ja also sind halt immer so richtlinien wenn man jetzt 5800 er stärker hat und level 54 ist man würde ich prinzipiell sagen fragt trotzdem an ja also das sind richtwerte die haben vier plätze frei ne das kommt ja dann hier am ende das heißt die suchen und wenn man dann halt einen tacken schlechter ist sage ich mal gleich drücken sie dann auge zu titan 14 sterne dauerschleife das klar und krieg freiwillig ja bei krieg freiwillig ist immer so schön wäre natürlich wenn man daran teilnimmt ja sollte man vielleicht auch in absprache mit pit oder in einem vize irgendwie machen natürlich schön wenn man daran teilnimmt aber wenn man halt nicht kann okay dann ist das so aber wenn man halt aufgestellt ist in die angriffe pflicht das ist halt immer die regel und das kennen wir ja auch schon im krieg selber gibt es eine haupt angriffswelle wann die ist wie das aussieht weiß ich nicht ich auch ehrlich interessiert mich nicht weil ich habe genug bei bei uns da zu tun ne das händeln die so wie sie halt möchten ganz einfach ähm wir haben lila tanks ja also da sollte man vielleicht einmal gucken dass man da irgendwas äh schickes in lila stellen kann und shackle bolt zum beispiel oder keine ahnung was hat uli ne odile ne das das geht alles kann man alles machen ähm line ist vorhanden ja das sehen wir anhand des kontaktes hier ist in der in manchen fällen ist es freiwillig in manchen fällen pflicht äh ich würd's ich würd's mir einfach installieren es ist äh es ist anonym nicht wie whatsapp und ganz chillig eigentlich ähm wenn man die leute jetzt hier nicht erreicht also wenn man jetzt pit anschreibt und der antwortet nicht dann ist das irgendeine eine einstellung bei deiner bei deinem line dass nachrichten nicht durchkommen dann äh wird pit diese nachricht nicht bekommen die alternative mir schreiben wenn man vorher schon mit mir geschrieben hat ähm wenn nicht würde ich die nachricht auch nicht kriegen deswegen in dem fall einfach hier unter diesem video kommentieren ja und dann einfach sagen von mir aus auch ich hab äh pit von den new german assassins angeschrieben hat sich nicht gemeldet ähm meine line id ist zack 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 könnt ihr mich mal anschreiben rum fertig ganz einfach so ok das dazu ähm mythischer titan allianz quest genau äh sollten gemacht werden ja es gibt aber keine eine konkrete vorgabe und ähm ja wenn man jetzt wenn man jetzt sagt ja ich würde hier schon gerne hin aber ich bin jetzt 5000er teamstärke und level 45 dann kann es sein dass dein pit sagt ja gut das ist ein bisschen zu klein dann gibt's zwei möglichkeiten entweder haben die new german assassins eine aufbauallianz eine zweitalianz in dem fall haben die eine zweitalianz das sind die assassinen das ist aber mehr eine urlaubs und retirement allianz ja ähm in dem fall würde dann plan b greifen der icons friends verbund und dann äh sagt pit ja wir haben ja im verbund von wir nehmen jeden auf bis an die top 100 dann guckt man wo kann der spieler am besten rein oder wo passt der am besten rein stellt kontakt mit der anderen allianz her die allianz guckt sich den spieler an sagt jo das passt alles gut spieler sagt ja passt auch geht dahin und wenn er dann irgendwann die erwartungen hier erfüllt dann hat er die möglichkeit zu new german assassins zu gehen kann ja vorher schon kontakte knüpfen und so weiter oder er sagt dann am ende das sagt ne hier wo ich bin das ist voll geil hier hier bleibe ich ja dann sollte man natürlich auch immer die leute auf dem aktuellen stand halten nicht dass die assassins irgendwann denken ja da kommt ja bald einer und dann hat er eigentlich gar kein interesse mehr weil er sich anders entschieden hat aber noch nichts gesagt hat das heißt die leute daheim am laufenden halten und dann sieht man auch dass man sich im verbund unterstützt natürlich prinzipiell unterstützt jeder sich selbst ja jeder rekrutiert für sich selbst aber in diesen fällen bevor der spieler dann irgendwie weg ist in der weiten empires welt versucht man den natürlich im verbund halt irgendwie zu integrieren und ja das funktioniert eigentlich in der regel ganz gut ich habe jetzt die tage eine anfrage gekriegt von drei vier leuten die zusammen spielen wollen habe ich direkt gesagt okay hier komm frag mal im verbund zack oder beziehungsweise habe den kontakt von angie weitergegeben dann habe ich gesehen in der gruppe ja wer möchte denn hier wer hat platz und so weiter teamstärke so und so das wollen die spieler und dann ging es halt haben die anführer untereinander beraten wie man es am besten macht so läuft es halt dann ja aber auch so prinzipiell natürlich rekrutiert jeder parallel selber für sich auch so gucken wir mal eben ganz kurz einmal damit ich das einmal sehen das ist die urlaubsallianz hier die assassinen ja da sind immer mal wieder welche drin entgegner hat wohl kurz mal gespielt jetzt ist er wieder hier drin vor zehn tagen wieder eingetreten vor zwölf stunden hat sich dann noch mal eine mena abgestaubt oder sowas keine ahnung ja der der reaktiviert sich immer mal wieder oder so keine ahnung die meisten hier das sind halt die halt hier ruhen deswegen wenn da haben die jetzt keine aktive zweitallianz deswegen für die new german assassins die würden dann halt eine person weiterleiten also die suchen vier leute schreibt da einfach mal hin und guckt mal was da passiert so gehen wir weiter clan of the tentacle ja das ist natürlich alles so ein bisschen schwierig im moment ne leute hören jetzt vermehrt auf das heißt wir müssen umso mehr umso näher zusammenrücken und hier bei kotoka haben wir jetzt auch drei plätze frei beim letzten mal waren es auch 30 das heißt hier sind mittlerweile dann auch haben drei aufgehört oder wie auch immer und ähm ja clan of the tentacle ist eine freizeitalianz so das heißt hier kann prinzipiell also freizeitalianzen ist ja immer so kann jeder rein ja außer man hat halt noch so ein paar vorgaben das ist bei freizeitalianzen auch unterschiedlich jetzt ist diese freizeitalianz auch noch offen so das heißt theoretisch hier kann auch jeder rein dann müsste man nochmal gucken okay ähm wenn man jetzt diese konstellation hat und jetzt alle accounts werden level 100 dann würde es keinen sinn machen mit einem level 30 account rein zu gehen ja das heißt man müsste jetzt hier auch nochmal gucken und wir sehen wir haben hier level 104 wir haben hier level 62 level 50 level 43 das heißt man könnte jetzt sagen um mithalten zu können sollte man um die level 40 45 50 sein dann ist man direkt direkt dabei man hat leute die knapp über einem sind knapp unter einem so ne und wie auch immer ganz natürlich jetzt auch und das ist jetzt mal so ein kleiner spoiler hier kann jeder rein ja also auch theoretisch level 20 oder 10 so frage ist hat der spieler dann lust wenn er sieht ich bin level 10 und der nächste ist 33 level vor mir ist halt schon ein unterschied das heißt der erste gedanke ist wenn man das sieht man ist jetzt level 10 mal mal level 20 ähm ok kleinste account 43 sind 23 level das ist mir zu viel bumm suche ich woanders wenn man sagt ja ist okay ja dann bin ich halt der kleinste ist auch okay macht mir nix dann kann man halt weiter gucken und ähm dann halt gegebenenfalls den nächsten den nächsten schritt gehen in dem fall wäre es dann halt hier die anfrage stellen oder halt wenn hier ein kontakt wäre den anschreiben sagen hey ich weiß ich bin der kleinste aber ich habe damit kein problem wie sieht es bei euch aus wenn man jetzt so gar keine information hat ne bei mir kriegst du ja die information und dann weißt du jetzt halt in dem fall könntest du theoretisch machen wenn du sagst mit level 20 ist mir egal ist okay dann kannst du dir die anfrage stellen für die ist das auch okay ganz einfach so ok ja also freizeit was passiert freizeitalienz ja das haben wir jetzt genug erläutert titan ist auch freiwillig 12 bis 14 sterne ja also das heißt dass da nicht nur 3 4 leute drauf haben weil der titan freiwillig ist sondern halt schon der großteil aber man will halt ein nach dem motto freizeitalienz wenn schaffst ist gut wenn nicht nicht schlimm wenn sie ist natürlich schön je mehr daran teilnehmen desto besser krieg ist auch freiwillig ja da sollte man aber dann auch drauf achten wenn der haken gesetzt ist sind die angriffe pflicht aber man muss nicht den haken setzen der tank ist auch freiwillig also das heißt also das heißt freiwillig da muss natürlich schon tank stellen ist klar aber die farbe kann man sich aussuchen lila wäre optimal aber wenn man jetzt keine ahnung hier der klon da tun wir jetzt mal so er hätte keinen ober kann und dunkelfeder dann könnte auch ein richard stellen besser nehmen wir jetzt mal an er hat keinen demilynen dann könnte er auch ihr wird es einmal von mir aus stellen ja uschia ja stellt dann richard also lila optimal aber man kann auch andere farben stellen beides freiwillig habe ich gerade gesagt ist natürlich so man sollte schon daran teilnehmen das wäre natürlich ganz geil es gibt auch eine kriegszeit wann die ist wie die aussieht kann ich nicht sagen das werden die das werden die schon im griff haben und einem dann auch der dann daran teilnehmen möchte definitiv sagen was man für den krieg aber braucht um daran teilzunehmen das ist jetzt ein bisschen konkreter und wichtiger man sollte 30 kampffähige helden haben kampffähig ist ein anderes wort bei anderen ist es gut stark wie auch immer es kommt halt immer auf das niveau an ja kampffähige helden hier werden wahrscheinlich andere sein als zum beispiel bei hunting ja das ist es kommt halt einfach auf das niveau an und da sind halt die leute dann dafür da um das halt abzuchecken also man schreibt dann kotoka an sagt guck mal hier kannst du mal drüber gucken wir haben auch line das ist auch freiwillig aber dann könnte man bei line zum beispiel die helden schicken und sagen guck mal hier kotoka das sind meine helden was meinst du kann ich damit am krieg teilnehmen und dann sagt er ja oder nein deswegen line zum beispiel auch vorteile allianzquist mythischer titan ja macht dann jeder nach eigenem ermessen also wenn wir jetzt hier level 104 haben und level 43 die haben halt andere voraussetzungen da kannst du nicht sagen allianzquist 2 millionen für jeden schafft halt dann nur einen bruchteil jeder hat mitspracherecht genau also das ist auch noch mal so das ist auch in allen allianzen eigentlich immer so der fall das heißt wenn jetzt vielleicht gesagt wird sollen wir nicht den titan als pflicht machen wird abgestimmt jeder kann dann da was zu sagen und dann die mehrheit setzt sich durch oder sollen wir eine andere tankfarbe nehmen oder was auch immer so was suchen wir jetzt hier genau das ist jetzt noch mal interessant weil wir haben ja drei plätze frei wir suchen erst mal natürlich langfristige spieler die deutsch verstehen und sprechen können also wir suchen nicht explizit deutsche spieler sondern halt auch von mir aus ein österreicher ein schweizer von mir aus auch ein franzose und alles alle alle drumherum praktisch die in der lage sind deutsch zu verstehen und zu und zu kommunizieren also zu schreiben in dem fall also mir aus könnte es auch dann polen sein alles was an deutschland grenzt wo die wahrscheinlichkeit vielleicht höher ist als nicht im tiefsten asiatischen bereich da werden sie wahrscheinlich eher weniger deutsch sprechen aber so in den angrenzenden ländern kann das sein und ja solange man sich auf deutsch verständigen kann alles super dabei sollte man das dann auch sollte es auch bleiben stärke und level sind egal das habe ich ja gerade schon gesagt jeder kann hier rein egal helden truppen wie auch immer hauptsache man ist aktiv man hält sich an das was einem die leute dann auch sagen keine ahnung warte mal mit einem titan angriff den mit einem fünften weil wir noch auf den und den warten kill den nicht wenn du den killst kriegst du ärger so normal einfach sich da integrieren und fertig allein habe ich schon gesagt ist freiwillig und wenn man fünf tage offline war ohne sich abzumelden dann wird man rausgeworfen das vollkommen legitim meiner meinung nach und dementsprechend man soll ja das ist ja in jeder allianz und man soll aktiv sein ja und wenn man inaktiv ist dann ist man nicht aktiv macht sinn oder so und hier suchen wir halt jetzt drei leute egal anfänger free to play leute die kein geld mehr ausgeben wollen leute die viel beschäftigt sind von mir aus auch leute die geld ausgeben wollen jeder kann hier rein ja und dann hoffen wir mal dass wir die allianz cloud of the tentacle vollkriegen so wir gehen zum youtube kollegen connor hier sind wir dran dritte allianz the foreign warriors wing allianz der foreign warriors familie tfw bewerbung über laien empire unterstrich connor so das ist dein kontakt den einfach mal anschreiben den guten mann ist mit seinem dritten account hier drin wir können ja mal gucken wie sieht es da so aus ja ja mit level 20 läuft dass er sich das immer wieder an tue bald hat er connor 4.0 da stehen so man hat gesehen alle drei allianzen haben da so ein bisschen eingebüßt die haben natürlich auch alle vor allem halt auch die erste und zweite so ein paar vielleicht auf der warteliste je nachdem wie das da jetzt aktuell auch aussieht weiß ich nicht ja deswegen kann es immer sein er lässt auch manchmal einen platz einfach frei ist halt immer so ein bisschen schwierig aber hier in der dritten können wir es eigentlich ja das ist halt relativ einfach das und auch relativ schnell zu sagen weil im endeffekt ist das ähm eine allianz die er gegründet hat weil er mit seinem dritten account eigentlich gucken wollte wie läuft es komplett free to play und wenn die drachen kommen kann man dann wenn man dann noch neu anfängt ähm irgendwas reißen so und ähm das hat wohl einigermaßen viel zuspruch gekriegt hier sind jetzt auch viele leute die sagen ja scheiß auf die drachen da habe ich gar keinen bock zu ähm wahrscheinlich wird es hier ähm auch gar nicht irgendwie dann großartig gemacht wie das überhaupt alles ins spiel kommt werden wir ja dann sowieso sehen was für äh was für impact das hat ja es wird ja auch schon wieder ein bisschen immer hin und her geändert ähm aber prinzipiell sind das hier leute die halt jetzt sagen drachen muss ich nicht haben ich will ganz gemütlich einfach spielen komplett ohne geld ähm hier so ein bisschen da so ein bisschen mehr so gemeinschaft abschalten freizeit wie auch immer ne also im endeffekt praktisch wie eine freizeitalianz würde ich jetzt einfach mal so in die ähm in die kategorie da reinpacken ähm es ist halt ein entspanntes spielen hat natürlich so seine seine kleinen verpflichtungen ne also titan pflicht und sowas und im angriff wenn man im krieg aufgestellt ist seine angriffe machen und so dann die basics halt aber mehr halt auch nicht du hast halt hier keinen keine truppen level keine ähm helden die du unbedingt haben musst oder sonst was ähm wenn du am krieg nicht teilnehmen möchtest ist das okay während in den anderen beiden allianzen äh kriegspflicht ist und jetzt in der ersten in der zweiten weise nicht vielleicht ist auch die option mit freiwillig aber das ist halt hier komplett komplett halt entspannt ne für leute die halt noch ein bisschen daddeln wollen aber nicht mehr großartig vielleicht auch leute die sagen ja ich spiel noch ein paar wochen und dann höre ich komplett auf auch das ist möglich ne ähm deswegen nochmal ganz geschmeidig einfach ein bisschen bisschen spielen wir sehen hier auch hier sind auch manche accounts die halt auch ähm gut was haben ne arminia ist auch so ein ganz ganz alter account schon glaube ich also ne schon lange dabei aber hier sehen wir das sind halt alle leute die theoretisch auch noch mehr potenzial hätten noch höher spielen zu können aber wahrscheinlich auch einfach gar nicht wollen ja und ähm das ist schon ja hier ey und ähm das ist es halt auch im Endeffekt schon ne allianz ist mythischer titan macht jeder so wie er kann weil es ist halt komplett gechillt so wenn einer ähm keinen bock hat auf dem mythischen titan na man sollte schon so sagen dass man am ende des tages das beste gegeben hat für die allianz ne aber man muss jetzt nicht äh zwölf angriffe volle pulle gemacht oder wenn einer nur neun angriffe macht oder sechs angriffe dann äh wird da keiner hinterher sein sagen oh du musst jetzt aber nur angriffe machen dann komplett gechillt ja und wir haben jetzt hier ein platz frei es ist nur auf ein laden entweder du schreibst du ich habe die allianz bei a schon im video gesehen möchte gern reinkommen dann wirst du höchstwahrscheinlich reingeholt alternative die ich jetzt mal so völlig ohne eigennutz präferieren würde ist halt corner anzuschreiben ja ähm weil im endeffekt ist es mir egal ob jemand durch mich in die allianz kommt ist es natürlich immer dann schön zu hören deswegen sage ich den leuten auch immer wenn leute wirklich sich auf mich berufen dann sagt mir da mal bescheid gibt mir da mal so ein bisschen feedback damit ich weiß ob das auch alles so läuft ob das was bringt dauert halt ne es ist ja hier auch kein hexenwerk was wir machen aber vom prinzip her reicht es mir wenn ich das nächste mal sehe und hier steht eine 30 dann weiß ich gut super alles klar ob es jetzt von mir ist oder von connor erstmal egal ne ähm und das ist der weg den wir jetzt hier gehen also von daher schaut da mal vorbei es ist es ist ein verbund aus drei allianzen das heißt wenn man irgendwie vielleicht dann hier auch mal sagt so ich will doch wieder ein bisschen höher und will doch wieder geld ausgeben oder mehr geld ausgeben jetzt in die top 100 oder sowas dann hat man hier halt auch die möglichkeiten höher spielen zu können ja so ich würde mal kurz einen break machen und dann sehen wir uns gleich wieder so weiter geht's mit götter und titan im archons friends verbund und was wir sehen sie sind voll das ist sehr schön sehr sehr gut engagement wird erwartet titan und monster insel einer für alle und alle für einen ja das kennen wir so sollte es sein und ja das ist schön weil das letzte mal waren nämlich götter und titan nicht voll jetzt sind sie voll und ähm ja wenn wir hier einfach mal wieder drüber gucken da stehen schon ein paar gute defensiven würde ich jetzt einfach mal behaupten also von daher da braucht man sich definitiv nicht verstecken wir haben 178.000 das ist auch und ziemlich gut ähm weiß jetzt nicht genau wo wir uns da befinden aber ist auf jeden fall safe top top 500 also irgendwas darüber wird es auf jeden fall sein top 100 nicht aber irgendwo so da ob dazwischen und da wir voll sind können wir das eigentlich relativ allgemein halten was hier so benötigt wird da muss dann jeder selber so ein bisschen für sich überlegen ob das passt wir haben keine line id oben angegeben das heißt wir müssten sowieso warten bis ein spot frei wird außer man kommentiert hier drunter dann kann man sich auch in gewisser weise ja anmelden vormerken wie auch immer wenn die leute das dann mitkriegen beziehungsweise ich dann die jeweiligen verantwortlichen darauf aufmerksam machen wir haben hier 13 bis 14 sterne beim titan ich vermute mal jetzt auch so mittlerweile 14 sterne er ist pflicht relativ klar ne krieg ist freiwillig aber es gibt halt ähm jeweilige strategien defensive offensive ne also defensive wird vorbereitet man guckt okay was haben wir für modus welche helden sind da gut welche helden haben wir welche helden hat der einzelne kann man da was umstellen macht da was sinn und so weiter offensive ja macht natürlich auch sinn ne wenn dann jemand letzten krieg rausgefunden hat dass da eine konstellation ganz gut war die manche auch stellen können tauscht man sich halt aus und guckt und hier also das übliche ja die übliche äh kommunikation während des krieges würde ich jetzt einfach mal behaupten mythischer titan allianz quest ziel ist die top 1000 ich denke mit 30 leuten ist da auch mehr drin je nachdem wie man halt bock hat aber top 1000 sollte schon minimum dabei sein wichtig hierbei wir sehen die allianz ist offen wir haben halt so ein bisschen ja andere voraussetzungen sage ich mal das werden wir jetzt gleich sehen prinzipiell ist es erstmal wäre es erstmal gut wenn die defensive im pvp nicht unter die 2400 trophäen rutscht das heißt also platin bleibt und so stark ist sich auch auf platin zu halten ohne dass man jetzt vorher 20 angriffe gemacht hat um sie in platin reinzuballern ne das ist erstmal so eine kleine richtlinie weil im endeffekt gehen wir hier nicht nach karrierelevel das karrierelevel ist egal ja man sieht hier ist level 101 hier ist 67 hier ist 51 ja also wir haben da im endeffekt alles dabei wenn man jetzt war ja jetzt pingelig sein würde könnte man auch sagen ja so ab level 50 ja aber darum geht es hier gar nicht wir sehen da jetzt auch popeye mit level 105 ne also das ist alles auf hohem niveau oder höherem niveau aber ne hohem hohes niveau und dann kommt höheres niveau ne auf hohem niveau wäre dann top 100 zum beispiel ja egal jedenfalls wir finden uns hier schon auf sehr gutem niveau ja wie gesagt level hier in dem fall egal weil es hier tatsächlich bei denen ja wir haben keine konkreten vorgaben aber es geht hier mehr um das spielverständnis mit den helden die man hat also das ist natürlich so je geiler der account ist desto besser ist natürlich die grundvoraussetzung aber wenn wir einen spieler haben der zum beispiel weiß ich vielleicht vielleicht 20 30 40 euro im monat ausgibt und primär mit season 1 spielt aber dadurch dass er dann wenn er sein geld ausgibt clever ausgibt und zum beispiel bei den tuns was macht also maskerade und hat dann glück und hat dann coole tuns mit denen er dann clever spielen kann und auch sagt ja ich kann damit 33 one shots immer machen oder so wie man jetzt das immer auch garantieren kann aber ich bin da schon ganz ganz solide mit weil ich halt weiß wie ich die am besten einsetze und so weiter und so dann ist das den leuten hier viel mehr wert als wenn wir einen haben der deutlich mehr geld ausgibt aber halt dem sowas von das spielverständnis fehlt der halt nicht weiß was er da wirklich tut und ja keine ahnung alle specials vom equalizer feuert nur damit er so weil er so feuern kann ne so diese diese panik sache ich muss wenn ich da was sehe muss ich sofort klicken gibt es einige spieler die das machen also geduld spielverständnis cleverness wissen was kann ich was kann ich nicht als jemand der das ja ich habe neue helden ich regel das schon und dann reihenweise verkackt also das ist denen deutlich wichtiger und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm wenn man free to play ist oder wenig geld ausgibt völlig egal solange man weiß wie man mit dem umgeht was man hat ist das erstmal schon mal natürlich eine gute sache im endeffekt wenn es natürlich einen spieler gibt der viel geld ausgibt top helden hat und auch weiß wie es geht ja geschenkt ne aber vom prinzip her will man damit sagen wir geben auch kleineren spielern hier eine chance aber die müssen halt auch wissen was sie tun im endeffekt und wir haben keine einschränkungen durch helden oder truppen ja deswegen je besser man ist desto leichter ist es natürlich aber man muss halt auch wissen was man tut und wenn man in der situation ist dass man sagt ja ich habe meine team schon so im griff ich kriege das schon hin und ich weiß auch wen ich angreifen kann und wie ich nicht angreifen kann das war schon mal eine gute sache also von daher und man sollte u18 sein das ist vielleicht noch ganz interessant da wir sonst kaum einschränkungen haben und ja jeder der jetzt hier rein kommt der wird dann halt ja da wird man mal so ein bisschen gucken okay was hat er denn so drauf know how mäßig und so und weiß der auch wirklich was er tut aktuell sind wir voll deswegen ist jetzt nicht akut aber weißt du bescheid bei götter und titan die zweit allianz ist mehr so für aussteiger soweit ich das in erinnerung habe also von daher ja einfach da mal ein Auge drauf haben wenn man jetzt sagt jo das hört sich gut an da will ich hin dann einfach kontakt mit mir aufnehmen oder hier kommentieren in dem unter dem video dann können wir da auch was machen so drachenkinder jo da hat es auch ein bisschen geknallt aber was heißt geknallt aber sind auch ein paar leute jetzt weg das wird alles nicht so nicht so einfach vor allem dann die neuen dann dazu holen wenn mehr aufhören im moment ist schwierig so jedenfalls fünf spieler gesucht das heißt einer ist noch da drin der eigentlich auch gehen wollen würde da haben wir eine truppe die wenn sie voll sind ob 100 top 150 so spielt also das ist schon eine starke truppe ich weiß ein zwei leute die weggegangen sind das waren zumindest accounts die immer hier relativ weit oben waren ist natürlich schwierig wenn solche leute gehen aus welchen gründen auch immer das ist in dem fall völlig egal aber ja hier müssen wir natürlich ein bisschen zu legen jetzt bietet sich auch an für eine kleine gruppe so line id justice view ja das ist unser anführer und mz heute beim titan nicht zu schlagen genau da haben die immer so eine so eine sache einem spieler der der dann irgendwas getan hat oder sowas also sehen wir sehen wir immer mal wieder holy mother of bacon ja also fünf plätze frei seine gruppe anforderungen ja es ist top 100 top 150 sowas in dem dreh anforderungen sind bekannt ja natürlich je mehr auch in der spitze sag ich mal je mehr spieler da gehen desto mehr rutschen natürlich andere allianzen hoch also connor hat das letztens in seinem video gesagt habe ich mitgekriegt die waren aktuell waren die rang 25 irgendwie aber auch selber gesagt dass das ist nicht das was sie was sie können hunting ist im moment auch in die top ten gerutscht und hält sich da aber das ist eigentlich auch nicht das wenn nach den zahlreichen fusionen und hier und da und dort wenn die alle noch da wären dann wären wir auch top 15 top 20 dann würden wir auch ein paar plätze weiter unten sein es ist halt dann immer so dass die leute halt immer hoch rutschen ja die die wo leute dann rausgehen und die fusionieren und sowas da bricht dann eine weg oder rutschen dann runter und dann rutscht dafür eine dann halt hoch wenn die dann gerade einen lauf hat ja passiert so was deswegen kann es auch sein je nachdem welches kaliber hier rein kommt dass man dann doch auch ganz locker flockig in die top 100 rutscht ja das ist auch alles soweit möglich ja niveau brauchen wir uns nicht darüber unterhalten das sind starke gegner die man da hat im krieg selber man braucht ja mindestens hier 40 volle fünfer die sollten schon mit limit breaks versehen sein also nicht nur auf 480 mana truppen ja die vier sterne truppen 19 23 17 mindestens fünf sterne truppen ja kannst du einfach mal wieder gucken haben die leute ja auch also es ist ja jetzt nicht so dass die nur mit vier stunden sterne truppen hier rumlaufen also auch da mehr fünf sterne truppen desto besser eine titan ja gut brauchen wir nicht drüber reden 14 sterne eine dauerschleife ist pflicht ist auch pflicht ja also wir befinden uns ja hier auf sehr hohem niveau wo halt dann auch in der regel alles pflicht ist genauso wie line line ist auch wichtig kommunikation außerhalb man kann sich natürlich je nachdem wenn man jetzt war einem titan nicht teilnehmen kann oder am krieg nicht kann man sich abmelden sollte man aber halt auch rechtzeitig tun todesstrafe ist wie wenn man aufgestellt sind seine angriffe nicht macht ja das ist ganz ganz böse bewerbungen laufen über line ja haben wir hier angegeben und natürlich allianz quest mythischer titan ja da ist wenn ihr jetzt in der top 100 sind dann wäre das auch das ziel wenn ihr jetzt in der top 150 sind dann wäre top 150 das ziel also immer da wo man sich auch bei den kriegen befindet das ist halt auch das ziel was man dann halt auch bei allianz events monster insel auch was man dann da halt auch so vor gibt weil das ist so der man will im normalen radius halt bleiben da wo man halt ja wie soll ich sagen da wo man sich zu hause fühlt sag ich mal ne da 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 muss man halt ein bisschen auch was leisten das ist glaube ich ja eben klar aber es ist halt auch nicht so krass wie man vielleicht auch vermutet ja also ich meine wenn ich wenn ich beim mythischen titan immer noch top 1 prozent schaffe wenn ich bei der allianz quest 2,2 wenn ich sogar wollte und pushen würde 2,3 wenn ich das schaffe dann schafft ihr das auch ja also das ist alles alles kein hexenwerk und ich bin ja wahrlich nicht der begnadetste mythische titan und event spieler man muss halt ein bisschen zeit investieren und dann läuft das eigentlich ganz gut ja hier und damit es ganz gut läuft brauchen wir hier fünf leute ja also so einen kleinen so wie soll ich sagen eine kleine gruppe die sich jetzt irgendwo abgespalten hat und was neues sucht das wärs ja die drachenkinder so ok ja weiter neue allianz die fünf elemente so einmal ganz kurz ich hab hier nämlich gerade noch was ein hier wollte ich nämlich noch mal eben einmal was nachgucken ne doch nicht habe ich habe ich schon ok habe ich schon gemacht alles klar gut ja die fünf elemente drei titan angriffe täglich im krieg alle flaggen gut ja also titan pflicht krieg ist freiwillig aber wenn man am krieg daran teilnimmt sind die angriffe pflicht dann sollte man alle flaggen machen titan ist aktuell 14 sterne ja also auch hier sieht man auch anhand der trophäen hier sind starke spieler unterwegs auch mit mit hurra hurra ne ja hurra hier ach guck mal da ist der andere mit ultrax ja marcel hier oben läderin mal gucken oh titi schere mit kostümen mhm naja auch schon lange dabei ja ansonsten spaß am spiel in der besten allianz der welt ja das ist doch meine ansage das ist doch meine kampf ansage an alle allianzen die in der top 5 top 10 sind mal gespannt ja hier haben wir ein bisschen platz acht leute so und jetzt wenn acht leute noch dazu kommen dann kann es wahrscheinlich wirklich die beste allianz der welt werden ja das werden wir dann sehen aber bis dahin müssen wir noch acht leute generieren das was wir hier sehen ist erstmal nichts außergewöhnliches ja das sind normale basic aktivitäten die man machen sollte wir gucken jetzt mal so ein bisschen genauer rein das jetzt die erste werbung ist für die allianz da mal genauer gucken ob wir noch irgendwas dann ergänzen oder halt auch nicht denn da müssen wir dann das ist immer so sagen so eine sache wenn sich das einmal eingegroovt hat dann geht das so also erstmal ne immer so die die sache bei einer allianz erstmal so ein bisschen rum gucken was haben wir denn hier so wie sieht das alles so aus muss ich ja auch immer mal machen sieht aber auch alles vielversprechend aus so karriere level gucken wir auch einmal drauf ne jetzt ich ich tue ja jetzt gerade so als würde ich mich hier ich mich hier bewerben weil ich die leute ja nicht kenne so ne also level 70 ist so das kleinste 116 das höchste jo würde ich jetzt einfach mal behaupten ne dass man hier mit level 40 50 schon mal schon mal ein bisschen hinten dran ist ne weiß ich nicht ob man das ob der einzelne spieler das dann so möchte wenn er sich mit level 50 und 20 level zum nächsten ja also rein von der von der stärke her und vom mithalten her können natürlich auch level 50 accounts je nachdem wie viel geld die ausgeben aber so jetzt an sich würde ich sagen ja man sollte vielleicht schon so in dem level dreh sein wie hier der großteil um halt das gefühl des mitspielens zu haben auch wenn man mit level 50 60 mitspielen könnte aber es ist halt immer so die frage wie kann man mit was wir sehen benötigte trofäen 2400 gut das heißt also die defensive muss irgendwie in der platin region sein wir wissen ist freiwillig cleaner sind wichtig ja also auch hier ist es dann natürlich auch so dass die kleineren account sage ich mal dann cleans übernehmen oder halt auch auf kleinere gegner gehen die sie besiegen können das ist normaler x talk während des während des Krieges und ja dass das wird man dann einfach sehen ja also ja vielleicht vorher einfach mal sagen guck mal hier das habe ich an hellen ich habe vier one shot teams zwei zum clean was meinst du sagt fertig ganz einfach ja angriffe wenn wir da mal so ein bisschen in die sind habe ich ja gerade schon gesagt ist halt wenn der krieg oder der krieg ist freiwillig aber die angriffe werden halt zur pflicht wenn man aufgestellt ist ich würde mich persönlich halt auch aufstellen tank ist aktuell rot so was wäre dann zum beispiel ja pfefferflamme ungelegt ja wenn extra vielleicht nicht aber sowas in der richtung der tank wird alle drei monate neu gewählt also da wird dann abgestimmt was sollen wir jetzt machen dann wird es vielleicht gelb keine ahnung ja also da auch ein bisschen bisschen rotation mit rein kann auch sein dass rot sich hält weiß man nicht im krieg selber ja da ist es so so ein bisschen wie bei uns es gibt vorgegebene ziele die angegriffen werden sollen inwiefern das alles dann noch ins detail geht ja ob man dann okay ob man dann weiß so der und der das sind eher so die die kleineren accounts die sollten wirklich auf die gehen dass man die auch wirklich raus call sage ich mal kommen greift den mal an und so das ist alles schon ein bisschen zu zu sehr im detail sollte man vielleicht sich einfach vorher mal informieren also die haben da schon eine rege kommunikation während des krieges im krieg wenn es dann darum geht bestimmte ziele anzugreifen oder vielleicht auch clean ziehen und da und dort muss man mal ein bisschen vorher vorher abchecken und mal gucken was da so was da so los ist kommunikation ja wir haben jetzt hier keinen laien kontakt angegeben aber in dem fall ist ja die allianz auch offen also man kann jederzeit rein ingame kommunikation und soweit ich das auch mitgekriegt habe welches mir richtig notiert habe whatsapp ist auch da ist aber freiwillig ja und da ich über laien angeschrieben worden bin haben wir zumindest auch hier mindestens einen laienkontakt weiß nicht wie inwieweit da die die kommunikation ist aber könnte man ja vielleicht dann auch mal anfragen so das heißt wir haben keine vorgabe was heldenstärke truppen angeht karriere level deswegen würde ich jetzt einfach mal prinzipiell sagen guck dir die leute an wenn du dann sagst ja ich möchte mitspielen dann musst du halt auf diesem niveau sein um mitspielen zu können prinzipiell würde ich es halt jetzt hier so machen da man jetzt halt vorher keinen kontakt hat zum anschreiben sondern halt direkt in die allianz geht das wichtig ist halt einfach von anfang an zu stellen einfach vielleicht sagen so hi hier bin ich meinte ich kann bei euch mithalten ich habe so und so viel fünfer limit break hier limit break da und so weiter dann werden die da schon gucken und wahrscheinlich wenn man da auch drin ist wenn die einen jetzt nicht rausschmeißen sofern man jetzt nicht level 30 ist oder so was so völlig weit weg vom schuss keine ahnung ja da müsste man noch mal gucken wie da so ein bisschen das ist mit denen das wäre vielleicht noch mal so eine information an mich wie ihr das handelt wenn da jetzt halt leute reinkommen gibt es da vielleicht auch irgendwie eine kleinere zweitalianz oder sowas wo leute rein können die kleiner sind oder sagt ihr wenn dann wenn der einen netten eindruck macht und alles cool ist dann kann der auch bleiben auch wenn er ein bisschen kleiner ist das müssen wir gucken ja das wäre nochmal so eine information an mich aber von meinem standpunkt her man will ja auch mitspielen wollen ne und wenn wir jetzt halt hier sehen gut hier ist 65 65 dann würde ich vielleicht sagen so ab 50 55 je nachdem wie so die ausgangslage ist ja kann man immer schwer sagen aber für mich ist es halt so ich würde halt gerne sehen dass dann neue leute halt mitspielen können und nicht weit hinterher hängen aber da gucken wir noch mal nach vielleicht kriegen wir da noch ein zwei informationen aber dass wir das ein bisschen eingrenzen können ja vielleicht auch an die allianz aber vielleicht habt ihr da ja noch irgendeine andere vorgabe die man ein bisschen konkreter machen kann so haben wir aber acht plätze frei das heißt eine kleine gruppe würde sich natürlich anbieten bei den fünf elementen und ja wenn man jetzt einmal fünf größere accounts hat und drei kleinere oder sowas ja wird wahrscheinlich auch gehen ja es halt dann muss man halt gut verkaufen dann geht das so die schnitzeljäger ein platz frei im eichhorns friends verbund die tarnpflicht sechs angriffe beim allianzkrieg ansonsten haken raus jo also die tarnpflicht ist aktuell zwölf sterne vielleicht auch mehr weiß ich nicht aber das was ich hier stehen habe ist zwölf sterne krieg ist klar ne sonst haken raus und bescheid geben also das will ich schon machen wenn man am krieg nicht teilnehmen bescheid geben tankfarbe monatz zelt jo ist jetzt ändert sich jetzt ne also nicht heute jetzt an sich aber ab morgen haben wir einen neuen monatz helden und dann wird die tankfarbe da angepasst line gruppen haben wir auch und die id ist lord freibier wo wir jetzt von freibier reden werde ich jetzt mal eben apfelschorle trinken okay das sind erstmal die sachen die wir hier haben und wir sehen wir haben einen platz frei vielleicht ja ck kenne ich oder kennen wir ne er hilft doch immer mal wieder ein bisschen bei uns aus da sieht alles gut aus da sieht alles gut aus oh andios ein e-gear im kostüm mit doppeltem limit break ist überraschend aber warum nicht ist ja immer noch ein solider supporter eigentlich ne wenn da jetzt beim gegner keiner ist der boni entfernt ist er eigentlich ein ganz guter supporter ich weiß auch gar nicht warum immer damals alle über eg geschimpft haben nicht ganz ehrlich der in kombination mit schneewittchen auch zum beispiel als schneewittchen dann gekommen ist im rush hat komplett den ganzen gegner weggefetzt mittlerweile nicht mehr ist zu viel lebenspunkt und sowas im spiel aber in der richtigen kombination und als support war der immer solide meiner meinung nach gut die truppe hier ist free to play low spender ja also natürlich im klub ja also hier ck ist halt ist halt verrückt positiv steini wahrscheinlich auch die haben halt hier so ein paar ähm besondere helden sag ich mal die geben vielleicht auch ein bisschen mehr aus aber das ist ja auch ähm deren sache ne prinzipiell wenn man hier rein möchte kann man free to play sein man kann ein bisschen geld ausgeben kann auch ganz viel geld ausgeben ja aber der kern ist man muss es nicht das ist glaube ich das das wichtige ja also hier können auch free to play leute ähm spielen ähm wir haben ja hier ein paar ne also ich glaube mr j der müsste auch schon lange free to play sein oder wenig ja und der hält sich halt immer noch hier ist halt immer noch dabei und wahrscheinlich auch noch andere aber ähm ja das kriegt man hier hin auch hier lord freibier ähm gut da sind ein paar extravagantere dabei aber auch schon ein paar ältere ne ist alles alles gut oh hier vor zwei tagen reingekommen herzlich willkommen feuersturm nicht schlecht noch irgendeiner dazu gekommen löwenherz ist mitglied auch vor zwei tagen ja herzlich willkommen bei den schnitzeljägern und im archons friends verbund noch irgendeiner inni vor 51 tagen ja ich wollte schon sagen den habe ich aber schon mal gesehen ja falls ich irgendjemand vergessen haben sollte tut mir leid aber die beiden herzlich willkommen ähm wichtig ist hier da wir halt keine krassen anforderungen haben ja was jetzt geldeinsatz und auch helden und truppen angeht da ist es natürlich umso wichtiger aktiv zu spielen ist klar ne sollte man überall wir haben hier die einschränkung ab level 40 ist machbar ja dann geht es halt wieder los die suchen ab level 40 ist der spieler damit dann okay dass er halt vielleicht zu den kleineren gehört ne das muss man dann alles so ein bisschen abchecken das wird man dann sehen aber level 40 ist hier so unser unsere marschroute der krieg ist freiwillig das haben wir oben schon gesehen ne wenn man aufgestellt ist sind die angriffe pflicht ähm ansonsten nimmt man sich raus tankfarbe steht oben auch ähm am krieg selber teilnehmen wenn man 30 kampffähige helden hat kommt auf das niveau an was heißt jetzt kampf fähig ne hatten wir auch schon das thema stark gute helden immer unterschiedlich kannst du so nicht sagen ja die gegner sind aber und das können wir sagen so zwischen 5000 und 6000 der stärke ja ähm da sollte man sich drauf einstellen können es werden auch solche dabei sein ne das ist ja immer immer so dass sich das alles angleichen soll aber dann gehen halt die starken auf die starken und die kleineren auf die kleineren kleinere clean wie auch immer wie man das alles händeln möchte aber so würde es theoretisch funktionieren ähm allianz quest mythischer titan yo da wird dran teilgenommen wir haben keine konkrete vorgabe für die platzierung ja jeder macht es so wie er am besten kann also wir haben jetzt auch ähm oh wolfsblut auch erst vor geraumer zeit hier also auch da nochmal herzlich willkommen ähm ist natürlich so dass wenn wir jetzt hier level 43 haben oder 61 die womöglich nicht die möglichkeiten haben wie ein ck oder die leute die vielleicht auch ein bisschen geld ausgeben ne ähm dementsprechend jeder für seine persönliche belohnung und dann schaut man halt einfach wo man am ende landet ob das denn sinn macht da vielleicht einen tacken zu pushen oder nicht wird man dann sehen ja relativ unkompliziert ähm ähm die laiengruppe ja haben wir da oben schon gesehen ähm da kommen dann informationen rein oder wenn man halt irgendwas hat äh jemanden erinnern muss für irgendwas oder irgendwas diskutiert wird ein held oder so kann man sich da auch ähm infos holen kundtun seine meinung zu geben ähm wie auch immer diskutieren keine ahnung ja alles alles möglich und auch nach hilfe fragen ne das ist denke ich mal auch so eine sache ähm da gibt es natürlich dann auch die jeweiligen hilfestellungen ja hab ich was vergessen kommt mir jetzt einen tacken schnell vor dass ich hier so ein bisschen durchgeprescht bin ähm aber ich glaube ich habe das wichtigste wir sind im icons friends verbund ja also auch da wenn man jetzt sagt äh bei dem einen platz ähm den nehme ich aber mein ziel und das habe ich schon vorher im kopf ist irgendwann top 100 oder sowas keine ahnung sollte man natürlich nie allianzen als sprungbrett nehmen ne das ist klar ähm man sollte schon in eine allianz gehen wohl wissend äh dass man äh da auch erstmal längere zeit bleiben will weil wenn ich jemanden mitkriege der zum beispiel zu hunting will aber im grunde genommen ähm im endeffekt wartet bis bei departed ein platz frei wird dann sei ja warte woanders ja ich brauche leute die bleiben und nicht leute äh die jetzt dann reinkommen und in zwei wochen kann ich wieder dann spontan suchen weil die leute die sind dann nämlich auch sofort weg wenn da ein platz frei ist bei der anderen allianz dann zack dann sind die weg die warten nicht bis der satz da ist und dann stehst du da ne deswegen ähm da ähm sollte man schon gucken dass man halt ein bisschen bleibt jetzt nicht von einem jahr oder länger aber zumindest ein paar wochen monate wie auch immer ja ähm weiß nicht ich äh ich bin da eher ich glaube das ist eher so eine sache wo ich ein bisschen konservativ bin ja weil ich meine hunting ist meine zweite allianz im spiel ich meine sowas haben manche leute in einem tag geschafft ja also mehr mehr sogar also von daher ähm sehe ich das vielleicht alles ein bisschen konservativer auch was dann ähm so das ähm das wechseln angeht und vorher auch mal intensiver gucken um sicher zu sein dass man dann da auch bleiben möchte und das alles passt dass ich das darauf immer wert lege aber das ist halt so meine einstellung ja ich bin auch keiner der für irgendwelche events dann die allianz wechsel um mit der besseren allianz in diesem jeweiligen event dann das und das zu sammeln das war war auch noch nie so mein stil ich denke mir halt entweder schaffe ich es mit der truppe oder halt dann nicht ganz einfach das ist jetzt nicht so das ding ja wir haben viel bewegungen da und da will ich jetzt keinem irgendwie ans bein pinkeln oder sowas aber das gehört halt so für mich dazu entweder pack ich es mit der allianz oder halb nicht und wenn ich ist halt auch nicht schlimm dann verzichte ich darauf aber gut das ist halt so meine einstellung ja und dass das deswegen sollte man sich hier dann auch so sicher sein dass man dann hier rein geht und dann hier auch bisschen bleibt ja wenn ich sogar im optimalfall nicht immer das hört sich jetzt so krass an aber dass man sagt ja das passt ja alles hier fühle ich mich wohl hier bleibe ich ganz einfach da haben wir halt den einen platz bei und jetzt zum abschluss gehen wir noch zu den diamond hunters eine dreier truppe also ein kleiner verbund aus diamond hunters 1 2 und 3 gehen wir erst zu diamond hunters 1 suchen ambitionierte spieler werde auch du teil der diamond hunters familie kontakt 2 6 0 6 marion marion ist im endeffekt für alle drei allianzen zuständig wobei allianz 2 den eigenen kontakt hat ja aber wenn man jetzt sagt ja 1 würde für mich in frage kommen dann sagt marion ja da ist vielleicht jetzt nicht so der platz gerade aber in der zweiten oder wie auch immer und dann wird dann kontakt zu reno hergestellt sehen wir gleich dann würde es halt offiziell auch über marion laufen aber ne heißt halt ne wenn du da erstmal so einen überblick verschaffen willst dann kann sie dir wahrscheinlich auch was zur zweiten sagen diamond hunters 1 ist jetzt aktuell voll wir befinden uns bei 146.000 kriegspunkten das heißt da ähm sind womöglich auch noch ein paar leute die im moment sich aus dem krieg rausgenommen haben ja ähm ansonsten ähm ja vielleicht auch ein paar kleinere accounts dabei ja das ist immer immer so schwer aus der entfernung zu sagen das was wir hier aber sehen das sieht eigentlich sehr gut aus und gute helden da am start interessante helden schöne truppen ja also sieht man da ist auch steckt auch ein bisschen was hinter potenzial ist auf jeden fall da die haben 14 sterne beim titan der ist natürlich dauerschleife und pflicht ist klar krieg ja ist freiwillig ähm man sollte aber gute teams haben das ist dann wieder so okay gute teams kommen aufs niveau an müsste man dann einfach mal mit marion abklären was ist da was sind gute teams und gute helden und wenn man das dann weiß dann geht das natürlich ähm er sollte teilgenommen werden auch wenn der freiwillig ist ja ähm manchmal kann man es halt nicht manchmal passt es nicht und ähm dann ja nimmt man sich halt raus ganz einfach ja aber bescheid geben die sind koordiniert die kriege das heißt da sind natürlich auch die absprachen da jeder hilft da es gibt kleinere accounts die dann wahrscheinlich clean größere die dann eher auf die one shots gehen das übliche halt ne allianz quest mythischer titan gibt jeder sein bestes wir haben hier keine konkrete vorgabe für eins der events ne wird man dann halt auch so spontan sehen wo landen wir jetzt müssen wir noch ein bisschen zulegen oder wie auch immer aber so an sich ähm ganz 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 geschmeidig wir haben keine vorgabe was helden und truppen und karriere level angeht da würde ich jetzt einfach mal sagen sollte man sich so ein bisschen an den leuten orientieren die ähm vorhanden sind in der allianz und halt auch einfach marion anschreiben die weiß das natürlich auch die verwaltet das schließlich alles und weiß kennt ihre pappenheimer wer da wie stark ist ne also sie ist ja hier auch in der ersten drin ne es macht ja auch irgendwie sinn und ähm ja von daher einfach da mal nachfragen wenn man sich jetzt nicht sicher ist ob man vielleicht für die erste gut genug ist oder ob man eher in die zweite soll wie auch immer ja aktuell voll deswegen gehen wir mal rüber in die zweite aber auch da ne 30 von 30 heißt so offiziell ist voll was kann halt immer sein dass einer abspringend der wechsel möchte aufhören möchte jetzt aktuell so ne wenn man ähm der den massen hinterher schwimmen will dann hört man jetzt im moment auf dann ist man auch cool dabei ähm kommt halt drauf an muss man auch abklären ne hier in der zweiten haben wir fünf plätze frei ähm spaß und teamwork werden bei uns groß geschrieben genau und hier ist der kontakt reno beziehungsweise ähm eigentlich steht er noch hier drin jetzt im moment steht er nicht drin vielleicht läuft es auch jetzt einfach alles über marion aber man sollte auf jeden fall auch hier in der zweiten nochmal den kontakt dann angeben wir haben hier 12 bis 13 sterne beim titan der ist auch pflicht also ein tacken schwächer als in der ersten krieg auch freiwillig ja wäre natürlich schön wenn man daran teilnimmt wenn man daran teilnimmt sind die angriffe pflicht die halt auch bei der ersten und bei allen anderen allianzen ne angriffe machen wichtig wir hatten jetzt letztens einen der hat sein handy in der uber verloren oder im uber und konnte seine angriffe nicht machen war jetzt nicht so schlimm war gegen gypsy meine ich war nicht knapp ja also von daher wenn es auf die flaggen ankommt und man dadurch dann verliert dann ist natürlich extrem bitter aber das sind halt so sachen ähm wechseln ich hinter ne die person hatte dann auch äh über youtube mit mir kontakt aufgenommen und hat mir das gesagt und war dann halt auch wirklich nicht im game drin also es sei jetzt auch nicht aus wie ähm faule ausrede oder sowas und war während des krieges online ne der war wirklich halt längere zeit dann ich glaube das war ein zwei tage oder sowas und dann hat er ein neues handy gehabt ja also ist halt ähm manchmal steckst du nicht drin aber man sollte natürlich versuchen immer die angriffe alle mitmachen zu oder mitzumachen ja was ist sonst hier wichtig wir haben hier auch keine helden level und truppen vorgabe aber was wir als vorgabe haben und das ist glaube ich das mindeste ist natürlich tägliche aktivität das ist glaube ich so das ding das sollte man immer mitbringen und ähm vielleicht auch motivation sich immer so einen tacken verbessern zu wollen kommt vielleicht auch ganz gut ja ähm ja fünf plätze frei kleine gruppe vielleicht ne um hier ganz gemütlich zu spielen ohne druck und ähm ja man hat ja auch dann die chance theoretisch vielleicht irgendwann zu sagen ich würde ein bisschen höher spielen in die erste gehen oder er sagt ich ähm habe echt wenig zeit und möchte halt so gechillt wie möglich sein dann kann man natürlich auch in die dritte gehen von den diamondhunters koordinierte kriege bilanz 16 zu 3 sehr gut absprache und lernwille sind uns wichtig ja also wenn man mal irgendwie nicht was machen mitmachen kann bescheid geben wenn man äh dinge wissen möchte weil man anfänger ist ne das sind ja so ist ja jetzt hier so eine allianz auch für anfänger ähm da vielleicht auch ein bisschen eigeninitiative zeigen äh sachen äh erfahren wollen lernen wollen dass man halt viel schneller im spiel ähm irgendwie ähm die tipps und tricks weiß das fängt ja heißt ja noch nicht mal welcher hält es jetzt krass gegen wen sondern einfach auch wo lege ich am anfang den fokus drauf wenn ich gebäude baue und ähm wie komme ich schnell äh an keine ahnung dass meine trainingslager genug helden abwerfen und wie auch immer so ne auch dieses ganze anfängliche gedöns was man da machen muss ähm da kann man sich schon gute trip in trip trips genau kann man sich gute trips abholen tipps und tricks abholen ähm muss man halt nur ähm auch signalisieren dass man da interesse drin hat ne sein pflicht ja also hier ist natürlich dann in dem fall ist hier die pflicht weil man dann halt ähm die leute halt auch besser an die hand nehmen kann mit äh auch Bilder zeigen kann guck mal hier ähm ähm das und das Level solltest du erreichen weil dann kriegst du nämlich das und das und das sieht man dann gut anhand einer Tabelle Skizze wie auch immer Grafik ähm ist halt hilfreich ne und da ist dann der Kontakt wieder 2606 Marion also da schließt sich der Kreis wieder Marion für Allianz 1 und 3 zuständig Reno ist in der Regel Reno minus 007 ist für die zweite zuständig ja ähm vielleicht weil sie jetzt da Reno auch rausgenommen haben vielleicht verwaltet Marion jetzt auch alles das weiß ich nicht ähm einfach einfach Marion mal anschreiben das ist jetzt der Kontakt der uns für die Diamond Hunters zur Verfügung steht und dann kann man sich halt überlegen wo man äh wo man sich dann so ein bisschen sieht hier sind auch kleinere Accounts ne das heißt wenn man jetzt ein paar kleinere Spieler dabei hat ist halt die Frage ähm wo will ich da hin und hier wäre jetzt halt so ein bisschen die die Aufbau Allianz wo es halt relativ ähm gechillt ist wo man dann halt ähm einwachsen kann in das Spiel und äh so gut wie möglich und mit so viel Spaß wie möglich halt irgendwie dann auch ähm mitmischen kann ja ja jo das war's wir sind durch haben wir es wieder geschafft vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns im nächsten Video macht's gut ciao ciao und